ja hallo und willkommen zu einem kleinen info video update video wie auch immer ihr es nennen wollt zu einer neuen einheit in supremacy 1940 ab dem 12 april wird es zeppeline geben ja bin ich sehr gespannt wie sich das entwickeln wird wie das dann sich ja wie das ganze sich einstellen wird und auch in diesem video will ich so ein bisschen wiedergeben was ich aus der kleinen ankündigung hier nehme was ich davon halte und auch vor allem auch wie wir damit dann verfahren also wenn ich das interessiert bleibt auf jeden fall dran ja heute nachmittag 17 uhr kam die meldung raus es kommt ein neues update es kommen neue einheiten besser gesagt kommen zeppeline wir sehen jetzt hier schon die ganzen ja die ganzen punkte gesehen dass sie 160 hit points haben was ich schon ordentlich viel finde wenn man bedenkt im ersten weltkrieg zeppeline waren ja da gerade zum ende hin eigentlich eher so eine waffe die nicht wirklich eine bedrohung mehr dargestellt hat also wir hatten ja dann am ende des zweiten weltkriegs gab es ja gute brand munition die dann auch so zeppelin der bekanntermaßen durch wasserstoff gefüllt wurde und so auch in der luft gehalten wurde in flammen konnte wodurch er doch recht schnell dann besiegt werden konnte am anfang des krieges war das natürlich anders 1914 15 wo die zeppelin auf oder genutzt wurden erwarten sie sehr effektiv es gab keine möglichkeit so wirklich sie anzugreifen man konnte zwar mit jägern ich sag mal ihre hülle durch löchern das problem war aber dass die hülle sehr groß war also entsprechend viel wasserstoff vorhanden war und somit sehr sehr viele löcher gebraucht wurden um wirklich meinen zeppelin in gefahr zu bringen also das war wirklich enorm haben wir sehen dass sie doch recht schnell sind mit 884 speed also das ja kann schon sein ich denke mal als lufteinheiten zeppelin von der geschwindigkeit her 84 das ist auf jeden fall in ordnung es ist deutlich langsamer als ein jäger langsamer als ein bomber das waren normale flugzeuge die denke ich mal schneller waren auch ein zeppelin auf grund der größe wird ja auch relativ langsam gewesen sein also das ist okay wir sehen dass ein sichtfeld von 24 da ist das finde ich relativ gering muss ich ehrlich sagen da hätte ich irgendwie eventuell also würde ich jetzt persönlich denken kann man ruhig ein bisschen mehr machen aber das was ich sehr interessant finde ist die große angriffsreichweite von 750 das ist wirklich enorm da bin ich jetzt gespannt wie das dann gemeint ist ob dann quasi die also ich vermute mal dass es halt sein wird dass das wie beim bomber und bei flugzeugen gemeint ist dass sie dann hin und her fliegen von 750 reichweite ist auf jeden fall ordentlich bin mir gerade nicht sicher mit dem bomber aber ich würde fast meinen aus dem bauch heraus dass das mehr als bomber ist und das kann durchaus auch luftschläge ja luftschläge ermöglichen die weithinter feindliche linien gehen und das ist durchaus interessant vor allen dingen auch für den wie verlauf wenn man dann die nachschub linien des feindes bombardieren kann mit den zeppelin da bin ich sehr gespannt inwiefern das eingesetzt wird man möchte muss jetzt aber auch dazu sagen zeppelin werden keine normale einheit sein sie werden nicht in fabriken oder auch werkstätten wie auch immer baubar sein sondern sich wird es über operationen wieder geben also sie sind quasi eine booster einheit wie die sturmtruppen und wir können sie uns halt durch ein paar operationen dazu gewinnen und es wird sie auch wohl im shop geben ja davon kann man jetzt halten was man will ich werde jetzt in dem sondern nicht zu sehr auf diese ja ich sage jetzt mal peter bin geschichte eingehen das ist ein kontroverses thema ich krieg's ja selber mit auch bei uns auf dem discord weil sie den discord noch nicht kennt mit link in der video beschreibung es gibt auch einige diskussionen deswegen und ich kann es auch verstehen auf der einen seite verstehe ich bei droht sie natürlich geld verdienen möchten also ein spiel zu unterhalten zu entwickeln kostet geld das muss natürlich irgendwo erwirtschaftet werden anderer seite verstehe ich aber auch die spieler die sagen naja aber wenn mein gegner hier mal 50 euro in die hand nimmt und ich dann einer bin der das hat nicht möchte dann habe ich quasi keine chance naja ich kann so ein bisschen beide sachen verstehen von daher müssen wir einfach mal gucken wie sich das hier entwickelt kommen wir jetzt einfach mal zu den schadenswerten und da muss ich sagen das ist ordentlich wir sehen dass ein zeppelin dann doch er zur stadt bombardierung geeignet ist also wirklich eine sehr starke einheit gegen gebäude mit 30 im angriff und der verteidigung wobei ich verteidigung gegen gebäude immer ein bisschen interessant finde weil es keine defensiven gebäude gibt für luftverteidigung kommt vielleicht noch wäre auch eine ganz coole geschichte müssen wir einfach mal gucken hier unten sehen wir auch dass die operation aber vom 12 bis 20 mai stattfinden werden indem wir dann verschiedene aufgaben erfüllen können um die dann zu bekommen ja wir sehen auch gegen infanterie ist der angriff relativ wach genauso gegen luft gegen marine und gegen die provinz also ich denke mal ich habe am anfang gesagt man kann es auch nehmen um die nachschub guten zu bombardieren das ist glaube ich wenn man jetzt sicher die ganze wert anguckt doch nicht so richtig also ich denke mal man sollte es dann schon für die infrastruktur nutzen mit einem 30er angriff kann man die mit dem 30er angriff und in kombination mit der großen attack range kann man denke ich mal die industriezentren des feindes gut zerstören wir kriegen aber die spionage raus wo produziert er was produziert ja und dann kann man gezielt mit den zeppelin dort die infrastruktur zerstören und eventuell so den gegner schwächen man könnte auch eisenbahn zerstören um eisenbahngeschütze aufzuhalten beziehungsweise zu verhindern dass sie ja dass sie fliegen können das werden auch taktische einsatzmöglichkeiten ja was gibt es jetzt für möglichkeiten den zeppelin aufzuhalten wenn ihr jetzt ein feind habt der auf euch zukommen mit zeppelin was könnt ihr machen dann da sieht man das stand hier unten irgendwo das wohl gedacht ist dass das ganze mit ballons gemacht werden soll also dass man die fessel ballon baut die dann entsprechende luftabwehr gegen zeppelin bieten da bin ich gespannt ob es vielleicht sogar extra punkt hier geben wird vermute ich aber nicht ich denke mal es wird hier die der luftverteidigungs wert von ballon dann berücksichtigt man könnte natürlich auch noch mal hier was extra machen aber da vermute ich mal dass das beidruck nicht so machen wird da müssen wir einfach mal gucken also am endeffekt ist es jetzt noch vier tage her mit vier tagen werden wir sehen wie das ganze umgesetzt ist ich bin sehr gespannt wir werden auch vielleicht mit ein zwei youtuber zusammen eine karte beginnen wir einfach mal gucken und das ganze da maustesten schauen wie was es so für operationen gibt ein paar bisschen was zusammen machen noch mal eine kleine runde zusammen spielen und dann gucken wir einfach mal wie sich das ganze dann entwickelt also unterm strich bin ich es immer cool wenn neue einheiten kommen das kann man wirklich so sagen also so mal eine coole abwechslung nicht über jahre das gleiche also ab und zu eine neue einheit und ist auf jeden fall sehr schön ich hoffe dass es nicht wie die sturmtruppen am ende sich raus steht dass sie komplett überpowered sind also dass man komplett eigentlich nichts machen kann gegen die zeppelin das wäre sehr schade das würde so ein bisschen das gameplay wieder ein bisschen nach unten ziehen sage ich jetzt mal müssen wir auf jeden fall gucken ich bin auch sehr gespannt oder beziehungsweise ich habe mich das schon seit längerem gefragt warum es jetzt eigentlich seit der ankündigung damals in zwei monaten später keinerlei operationen mehr gab mit sturmtruppen ich könnte mir da gut vorstellen dass die eventuell überarbeitet werden dass vielleicht sogar eine einheit rauskommt als konter zu den sturmtruppen das könnte ich mir auch vorstellen vielleicht passiert das dann bei zeppelin auch irgendwann wenn man merkt dass die jetzt zu überpowered sind also da bin ich sehr gespannt gerade die vielen hit points schrecken mich so ein bisschen ab also nehmen wir mal an die gelten hier als lufteinheit braucht man ungefähr acht jäger um sie mit einem hit zu besiegen das finde ich schon ordentlich ja bin ich sehr gespannt aber wenn man hier schon schreibt wenn weitere schreibt dass sie dass sie empfehlen beste ballone zu nutzen in kombination mit infanterie dann vermute ich schon dass sie nicht als lufteinheit ach nee dass sie als lufteinheit zählt ja einfach mal gucken wie sich das ganze entwickelt und ich würde einfach sagen wir lassen uns überraschen und ja ich bedanke mich damit fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat dass wir gerne noch um da und genau und wenn ihr noch nicht auf unserem disco zeit checkt den link in der video beschreibung würde mich sehr freuen bis zum nächsten mal